das wäre zurzeit meine seite die ich am bearbeiten bin das hauptmerkmal ist entsprechend zbfunk mein altes haupt was ich auch noch nachgehe grund dessen ist diese seite auf zbfunk ausgelegt natürlich können die bikers auch dahin kommen das ist natürlich klar die seite ist für jedermann gedacht sollte ja auch so sein also wie gesagt das ist meine cb punk seite im chat die ich selber gestalte ich habe einen antrag gestellt für ein größeres paket was ich in den nächsten tag aktivieren kann ja so sieht es aus kurze erklärung ich hoffe dass die seite erfolgreich anläuft naja ich habe zurzeit eine erkältung habe eine rausstimme dann noch das öskerste blatt dabei das kann man dann noch ausüben ich hoffe mich kann man verstanden das wäre die seite die ich vor ein paar das hauptmerkmal licht natürlich auf diese seite den rollerclub remagen mc 13 werde ich natürlich weiter meine achtung beschenken diese leute und unseren club werde ich natürlich auch hier auf diese seite ergänzen das verbinde ich dann in diese sache dann wie man platzett als zwei bremen in der klappe schlafen hier ist natürlich jeder herzlich willkommen so soll das auch sein die seite wird noch ein bisschen größer mit der derzeit bin ich mir ganz sicher natürlich für mehr zubehör muss ich dann auch mehrere pakete aktivieren das kostet natürlich geld aber da hat ja den osern nichts mehr zu tun das ist ja mein hobby ich lade trotzdem jeden hier darauf ein mitzumachen ist ein bisschen ruhe wie facebook da ist man gläserer mensch sollte ja zwar keine werbung machen ich habe mich auch ein bisschen zurückgezogen mache lieber hier solche hobbys habe ich meine ruhe und genieße meine freizeit und brauche mich nicht zu ärgern wie gesagt hier ist jeder herzlich willkommen auf dieser seite von alt bis jung kein thema die seite heißt cb funk delta 02 peter bau das war noch ein ich glaube ich bruch mich nämlich wir zu stelle meine auto prats ist bekannt das war es meiner bis später mal